hey leute willkommen wieder zu meinem neuen video und morgen werde ich euch mitnehmen weil ich mich dann mit meinem konzern kalt treffen werde ja und da werden wir noch mal so ein paar unu vielleicht genau eine noch mit der kuh wo du würfeln musst da ist mehrere würfe dabei ich erkläre euch das ganze noch mal wieder und da werden wir einfach noch spielen und dann werde ich noch was anderes überlegen vielleicht malen malen tut er jetzt auch nicht so richtig gerne ich allerdings schon damit wir vielleicht noch mal kurz wieder werde ich euch dann auch wieder mitnehmen natürlich und ich werde mich freuen wenn ihr einen daumen hochlässt und meinen kanal abonnieren dann werde ich mich freuen ich habe schon zu viele videos gemacht ich werde mich freuen wenn es mehr wird